hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge in der fünften staffel von rainbow 60 für spiel noch auf dem präsidentenflugzeug und los geht mit back mit freust mit crazy mit wendy und mehr dem legendären jason wen soll ich nehmen du hast warum ich kann nicht mit dem ich kann nicht mit dem wirklich ich kann nicht mit dem gibt mir einen anderen gibt mir einen anderen ja ich wollte auch mal so sein wieder wie mein squad leader habt ihr verstanden oder nicht eh alle afghan alle afghan ne müde afghan Herausforderung? Oh mein Gott, wir haben auch bald einen der Jäger-Elite. Corny. Castle. Ja, guckte er eigentlich auch mal in die Gruppe. Da hatte er sogar eine Steam-Karte-Foto gehabt. Achtung! Oh, ich hab das ver... Ne. Junge, du siehst aus wie meine Schwester. Nein, Spaß. Junge, du siehst aus wie meine Freundin jeden Tag. Junge, ich bin Jason, Mann. Ich muss mal killen. Hör auf, ich knall, wenn du's... Ey. Er hat nicht fliegt vor, also... Er schmeißt nicht am Reden. Ja, Pech gehabt. Ey, schmeißt nicht genau. Ja. Ja, ich hab dich gewarnt. Entschuldigung, Buck, aber ich... Ne? Du konntest ihn ja auch nächste Runde töten. Gott, wie du sollst ihn das spielst. Ich hab dich nicht ganz gut. Guck. Entschuldigung, du bist du... 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 Da ist... Meter kolomatisch... Oberstmeter... Endschürst du... Du meinst... Alles klar? Guck mal, wo die... Das war kein Ernst. Das war kein Ernst. Junge, gib mir mal den Entschärfer. Gib mir den Entschärfer. Ja. Geht auf... Drück da auf! Drück L! Du misset! Wir drücken halt hin. Junge... Mann! Junge, gib ihn mir! Ja, weil B ist frei. Warte, soll ich mal? Nein, das stimmt doch eh. Ihr bringt's B ist frei, ne? Easy. Nein, ehrlich jetzt. Ich guck mal... Ich mach... Ich mach... Ich mach... Ich diffuse... Naja. Passi schon. Okay du musst hier... Ach fack... Ja... Ich hab Schott-Gun... sie weiß nicht wo der defuse ist sie weiß nicht wo der defu ja wie gewonnen ja ich wollte ich weiß nicht ja dann ernst ich gehe dich nicht warum sollte ich das wenn soll ich finde soll ich finde soll ich bin soll ich soll ich bin soll ich bin soll ich hatte ich eh schon ausgefegt wenn du so kommt es mit mir nach oben wenn du so kommt es mit mir nach oben gut ja er bleibt vor der türen gar mein glas tut ella ich brauche deine ich brauche einmal ein ding von dir knall ihn daran danke lol komm mal her back back kommen wir ja guck mal ellers ding ist falsch herum mach mir auf mann mach doch auf du fuckseite ja warum machst du einfach zu du nutte kinderfreundlich sagst du baby freundlich ich mach das so okay die sind da einer ja lauf doch nicht in meinen schuss du trottel ist nur einer ja dankeschön ghost ach man warum hilft ihr mir nicht oh mein gott wie schlecht frost noob noob noooob ja lauf nie meinen schuss selber schuld so wie du gesagt hast warum läufst du raus jürgen geback hat vor den größten fehler gemacht den er konnte schieß auf den schild ist keine moni an sowie ja warte da ist noch einer da was machst du ich sag doch bei dir ja wie scheiße seit die ihm jetzt warum macht die überhaupt da auf jetzt nur geteckt und soll ich nehmen das ist nicht wahr ja kannst du mir eigentlich mal ein glas kinderfreundlich vielleicht im präsent was ist denn mit da wir wissen noch wo die sind eine geht nach oben ja das ist lesion lesion geh nach oben ich komm wieder er will von hinten kommen ja nein von da wo wir eben auch gekommen sind das war gut tschöme du tschöme ich hab mein spiel immer noch nicht auf deutsch tschöme 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 Komm mal, komm mal crazy gib mir den gib mir den gib mir den b ist wieder frei oder und wo ist der andere ja die fresse halt die schnauze ja toll danke weil ihr scheiße baut was macht ihr überhaupt frost redet dann gibt's packt irgendwo hin und stirbt weil frost nicht redet dass nichts gesagt wein soll ich nehmen bin soll ich nehmen bin soll ich nehmen bin sein sehr recht nehmen wüns斯 lich neben палie sticker wen soll ich nehmen ich nehme gewalt küre nein spaß ja weil du kein headshot machst ja ist nicht so scheiß jetzt hörst du hast gerade du hast gerade wirklich dings hier wie heißt das schild im kopf geschossen macht nichts ja lucky shot lucky 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 frost man hat wer kann hat wenn ja egal mach ich selber ne mache ich nicht hat jemand granaten dann macht bitte die luke auf junge crazy hast c4 ich kann ich kann ich kann kommt zur luke hier kommt zur luke hier meine punkte ja ich doch nicht ich bin major nicht und nicht fast das war extra aber egal da ich bin HECK Nein, ja, ja. Ich würde von Jekyll gebeten, nicht? Die Fisch sind in den Berg. Oh-oh. Hi, Jekyll! Wo ist der? Schaffen wir. Was? Junge, das ist so ein scheiß Hack-Game, ne? Junge, es war doch, weil er den letzten Chuck extra... Wir... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen macht... Frostian-Mod. Ciao. Ciao.